Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der wir uns spannenden Forschungsprojekten und ihren konkreten Anwendungen widmen. Wir starten direkt auf dem Meeresboden, begleiten einen Roboter, ein autonomes Vehikel, das dort unten ganz eigenständig arbeiten kann. Und wir erfahren viel über meerestechnische Forschungsprojekte der Fraunhofer-Gesellschaft. Das ist übrigens die weltweit führende Forschungseinrichtung für angewandte Forschung. Immer geht es um zukunftsweisende Schlüsseltechnologien und da spielt Meerestechnik eine große Rolle. Am Fraunhofer gibt es ein eigenes Kompetenznetzwerk Ocean Technology. Meine Gesprächspartner in dieser Podcast-Folge? Prof. Dr. Thomas Rauschenbach. Das ist der Sprecher dieses Kompetenznetzwerks und darüber hinaus ist er auch noch Direktor der angewandten Systemtechnik der Fraunhofer-Gesellschaft. Und Dr. Steffen Knot, der ist Leiter des Sustainable Ocean Business Center der Fraunhofer-Gesellschaft in Rostock und Lübeck. Wir gehen gleich ins Wasser, auf dem Boden des Ontario-Sees und da beobachten wir D-Dave. Thomas, wer ist D-Dave? Ja, D-Dave ist ein sogenanntes AOV, ein Autonomous Underwater Vehicle, also ein autonomes Unterwasserfahrzeug. Das wurde bei uns in der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt, ich sage mal beginnend so 2012 bis 2017 in einem internen Projekt. Und Zielstellung war, ein autonomes Unterwasserfahrzeug zu entwickeln, das für die zukünftigen Anwendungen im zivilen Bereich sehr gut geeignet ist und so bestimmte Anforderungen der Nutzer aufgreift, die bisher vielleicht in der Form nicht überall in einem AOV vereint waren. Nimm uns mal mit an den Ontario-See. Was hat D-Dave da gemacht? Du warst dabei, als D-Dave da im Einsatz war. Genau, das war dann sehr spannend. Also die kanadische Firma Kragen hat die Lizenz und das Fahrzeug von uns von Fraunhofer erworben. Und das war so der erste große Testeinsatz für unser D-Dave-Fahrzeug, nachdem es sicherlich schon mehrfach in Talsperren bei uns und in anderen Gewässern getestet wurde. Sind wir im Juli 2017 an den Ontario-See gefahren. Es war der Hintergrund, dass 2017 auch das 100-jährige Jubiläum von Kanada war und in der kanadischen Seele schmerzt so ein ganz besonderer Aspekt der Geschichte. Und das war die Entwicklung des Kampfflugzeuges Afro-Aero. Der wurde in den 50er Jahren in Kanada entwickelt. Bis so 1959 war, so wie ich gehört habe, eins der modernsten Kampfflugzeuge, das damals in der Entwicklung war. Und plötzlich, 1959, kam von dem Premierminister aus Kanada das Stopp, dass das ganze Programm gestoppt wird, alles vernichtet werden muss, alle Maschinen, die vorhanden waren, alle Dokumente. Und so gibt es eine ganze Menge so Verschwörungstheorien und Geschichten darum. Und jetzt wollte man unbedingt zum 100. Jahrestag von Kanada sagen, wir wollen zumindest Reste von dem Flugzeug wiederfinden in unsere Museumstellen. Und es wurde bei den Tests damals am Ontario-See einiges getestet von diesen Flugzeugen und meistens mit Modellen. Und man wusste, dass die dort am Seeboden liegen, hatte auch schon in der Vergangenheit Missionen gemacht, aber keine gefunden. Und jetzt war das Ziel mit D-DAVE, dort diese Flugzeugmodelle zu finden und rechtzeitig zu bergen, dass sie dann in Kanada wieder restauriert und ausgestellt werden können. Und der Mission haben wir uns natürlich mit viel Aufregung gestellt. Einmal, weil die Öffentlichkeit natürlich da sehr stark interessiert war und aufgepasst hat. Und zweitens, es war der erste große Einsatz für unser D-DAVE. Funktioniert denn auch alles? Und ist das so, wie wir es uns bei der Entwicklung gedacht haben? Das war die Spannung, die da auf uns zukam. Und konntet ihr euch auf D-DAVE verlassen? Ja, also wir waren zwei Monate im Einsatz, vom Juli 2017 bis September. Es ist erfreulicherweise aus unserer Sicht sehr gut gelaufen. Sicherlich kommt immer mal eine Kleinigkeit. Wenn man jeden Tag oder fast jeden Tag unterwegs ist, acht, neun Stunden am Tag oder länger mit dem Fahrzeug, dann kommen natürlich immer mal gewisse Probleme. Aber das waren Kleinigkeiten, wo wir dann relativ schnell reparieren konnten und was ausbessern konnten. Deshalb waren ja unsere Kollegen aus Ilmenau auch dort mit vor Ort in der Zeit. Ja, und es war natürlich spannend. Wir sind vom kleinen Boot aus, haben wir das D-DAVE begleitet. D-DAVE ist dann meistens mehrere Stunden getaucht. Dann wurde aufgetaucht. Dann wurden die Daten schnell übertragen. Dann wurde auf dem Schiff schon die Daten geschaut. Dort findet man was und so weiter. Dann war ja auch das Wetter nicht immer ganz gut. Also Seegang natürlich auf so einem kleinen Schiff. Und wir alle sind ja auch nicht unbedingt seefest manchmal. Das heißt, da ist vieles passiert. Das war ein Abenteuer, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube dann so Mitte September hatten wir dann auf den Daten das erste Mal etwas gesehen, was nach einem Delta-Flügler, nach einem Flugzeug aussieht. Da war natürlich die Aufregung groß. Alles wurde nochmal doppelt gecheckt. Es wurde ausgewertet. Und dann waren wir zumindest aus den Sonardaten heraus relativ sicher, das muss etwas sein, was ein Modell ist von so einem Flugzeug. Dann wurde danach auch nochmal mit einem ferngestörten Unterwasserfahrzeug an die Stelle getaucht, mit Kameras umzuschauen, was dort ist. Das hat sich dann bestätigt. Und dann ging das natürlich durch die Presse. Dann war das in der New York Times, in allen Nachrichtensendungen, in Kanada und so weiter. Also es war im Endeffekt ein toller Erfolg für uns bei aller Härte der Mission. Und was man auch wirklich nur im realen Einsatz erlebt, was schiefgehen kann. Und wo wir auch die Leute natürlich sehr gefordert haben, die dabei waren. Aber es war erfolgreich und das hat so viel Spaß gemacht am Ende, wo wir gesagt haben, das hat sich gelohnt. Gut für D-Dave und gut für die Fraunhofer-Gesellschaft. Wie sieht D-Dave denn aus? Beschreib mal. Ja, also D-Dave hat eine Form, ich würde mal sagen, ja, wie so etwas quaderförmig und an der Vorder- und Rückseite etwas abflachend, dass man natürlich eine gute, ja, Hydrodynamik im Wasser dort erhält. D-Dave ist ungefähr drei Meter lang, einen Meter breit und so 70, 80 Zentimeter hoch und hat am Ende zwei Propeller, die Antriebe und ist dann mit einer großen Payload-Sektion ausgestattet. Das heißt, es ist ein Raum, ein freier Raum. Wir haben es immer oft mit dem Space Shuttle verglichen, also wo dann Sensoren, verschiedene Sensoren angebracht werden können. Und für den Ontario-See war das halt ein sehr hochauflösendes Side-Scan-Sonar der Firma Kragen, was dort eingebaut war und hat natürlich keine, ja, kein Kabel. Es ist ein autonomes Unterwasserfahrzeug. Das heißt, die Mission, die wird vorher einprogrammiert. Wenn das Fahrzeug an der Oberfläche ist, dann wird die Mission übertragen und dann muss das Fahrzeug die Stunden, die es unter Wasser ist, alleine praktisch mit allen Problemen zurechtkommen. Muss Hindernisse erkennen, muss das richtige Missionsgebiet abfahren, muss auch bei Problemen am Fahrzeug erkennen, dass jetzt eine Sondersituation vorliegt, dass man auftauchen muss, zurückkommen muss zum Schiff, um dann entsprechende Reparaturen vorzunehmen. Also wirklich in der Zeit, in der es im See unterwegs ist, ohne wesentlichen Kontakt zu der Mannschaft. Wir haben natürlich über akustische Kommunikation dort Möglichkeiten, den Status des Fahrzeugs abzufragen. Aber da die Bandbreite dort natürlich sehr gering ist, die uns zur Verfügung steht, kann man keine größeren Daten übertragen, sondern nur wirklich Statusinformationen, dass man ungefähr weiß, wie geht es dem Fahrzeug und wo befindet sich das Fahrzeug. Ganz schön aufregend für dich, oder? Als Entwickler. Ja, es war für uns, es war... Und für alle Entwickler. Ja, weil man hat ja vorher, also fünf, sechs Jahre an der Entwicklung des Fahrzeuges gearbeitet, hat darauf hingefiebert, dass man natürlich das wirklich dann im realen Einsatz auch testen kann. Und dann kommt dieser Moment und das ist schon sehr, sehr spannend. Nun ist der Ontario See ja gar nicht so tief. 244 Meter habe ich gelesen. In welche Tiefen können denn diese Unterwasserfahrzeuge eingesetzt werden? Ja, das war natürlich für den Test für uns ganz gut, dass es gar nicht so tiefer wäre. Wäre etwas schief gegangen, hätte man das Fahrzeug schnell wieder retten können. Aber designt ist das Fahrzeug eigentlich für 6.000 Meter Tauchtiefe. 6.000 Meter? Ja, Hintergrund ist der, dass wir natürlich viele Anwendungen auch zukünftig in der Tiefsee sehen. Und das heißt, dann muss man solche Bereiche auch abdecken. Und 6.000 Meter ist meistens aus dem Grund gewählt, dass viele Komponenten, die man für solche Fahrzeuge braucht und die wir natürlich auch nicht selber herstellen, wie bestimmte Sensoren oder auch die Teilekomponenten der Elektronik, die gibt es oft am Markt für 6.000 Meter Tiefe, weil mit 6.000 Meter Tauchtiefe kann ein Fahrzeug 98 Prozent der Ozeane abdecken und damit den größten Teil der Meere, wo man sagt, das ist ein guter Kompromiss zwischen voller Ozeantiefe und dem, was man wirtschaftlich vielleicht dort machen kann und damit die Kosten nicht zu groß werden für so ein Fahrzeug. Wir wollen mal Steffen Knot mit ins Boot holen hier. Der hört zu und ist noch gar nicht zu Wort gekommen. Wo werden denn Unterwasserfahrzeuge heute schon eingesetzt? Ja, also so autonome Unterwasserfahrzeuge, die der Thomas gerade beschrieben hat, die werden natürlich in der Wissenschaft sehr stark eingesetzt. Also bei allen Themen, die ich unter Wasser erkunden möchte, gerade in größeren Wassertiefen oder auch wenn es halt weitläufig ist, dann braucht man solche Fahrzeuge. Es gibt die auch nicht autonomen, die sind dann mit einem Kabel verbunden. Die kann man dann mit einem, ja, wie mit einem, vom Bildschirm vom Schiff bedienen und die kann man dann auch beispielsweise in, ja, Unterwasseranlagen für Offshore-Wind oder für Öl und Gas, da werden die sehr viel eingesetzt. Also das ist ein sehr spannendes Feld und da gibt es auch unterschiedliche Größen, also auch viel kleinere als das, was der Thomas gerade beschrieben hat, die halt für bestimmte Anwendungen geeignet sind, auch entsprechend kostengünstiger oder eben zum Teil auch noch größere, die dann auch schwere Anwendungen und schwere Arbeiten unter Wasser erledigen müssen. Also das ist ein sehr spannendes Feld und da kommen viele Technologien zusammen. Da muss viel im System integriert werden, viele Herausforderungen, die sich einfach unter Wasser ergeben, gerade in sehr, sehr großen Wassertiefen, wo natürlich auch Technologien notwendig sind, um das dann alles auch robust zu machen und dann auch einsatzfähig zu halten. Da liegen ja harsche Bedingungen vor in so großer Tiefe, 6000 Meter. Was für ein Druck ist denn da? Ja, ja, also das ist ein sehr, sehr hoher Druck. Also das kennt man ja vielleicht auch, wenn man so die alten Filme kennt, wo halt in den Marianengraben getaucht worden ist, wo auch Menschen runtergegangen sind. Wenn man weiß, wie stark die Druckkapseln aufgebaut sind, dann kann man einen Eindruck gewinnen, was dann auch passiert, wenn die Drücke zu hoch werden. Und von da muss natürlich vieles, was an Technologien eingesetzt wird, druckkompensiert sein oder robust aufgeführt sein, um den Drückenstand zu halten. Da kann man vieles besser regeln, wenn keine Menschen an Bord sind. Da sind die autonomen Fahrzeuge eben auch so gut geeignet. Aber wenn natürlich dann auch noch Tauchfahrzeuge mit Menschen unterwegs sind, die gehen auch bis 2000 Meter Wassertiefe oder eben kommerziell, aber dann natürlich auch Sonderanfertigung noch bis größeren Wassertiefen, da wird die Technik schon sehr, sehr aufwendig. Können wir nochmal über konkrete Einsatzbereiche sprechen? Ist es bislang wirklich nur in der Wissenschaft, im Offshore-Bereich? Oder was ist an Staudämmen, was ist an Spundwänden, was ist an Häfen? Oder ist das Zukunftsmusik? Wird es für diesen Bereich entwickelt? Also es gibt aus meiner Sicht schon viele reale Einsätze. Es wird sich aber in Zukunft auch noch weiterentwickeln. Wir haben uns das ja auch gut angeschaut in Fraunhofer, in unserem Ocean Technology at Fraunhofer Netzwerk, auch die Märkte uns angeschaut. Und wenn man so schaut, der Ozean wird ja an Bedeutung gewinnen, wie man sich es fast gar nicht vorstellen kann. Einmal ist es ja eine Nahrungsquelle für uns. Und wenn wir so Zahlen anschauen, dass wir bald 2050 10 Milliarden Menschen auf der Erde sind, dann reicht die landbezogene Landwirtschaft nicht mehr aus. Aquakulturen, Marikulturen müssen vorangetrieben werden. So wie ich da auch Szenarien kenne, wie das in Zukunft aussehen soll, wird das alles sehr weit weg von der Küste sein, im Wasser, im Meer. Da kann der Mensch nicht immer dabei sein. Man muss dort mit robotischen Systemen arbeiten. Das werden Einsatzgebiete sein. Steffen hat es schon genannt. Öl und Gas sind Einsatzgebiete. Auch dort sind die Szenarien so, dass es immer mehr in die Tiefsee geht, dass dort immer mehr, sagen wir mal, auch Anlagen auf den Meeresgrund installiert werden und gar nicht mehr an der Wasseroberfläche. Die müssen aufgebaut, die müssen inspiziert, die müssen repariert werden, die müssen dann wieder abgebaut werden irgendwann. Das sind Themen, die vor uns liegen. Dann, Werbel, du hattest es schon gesagt, Inspektionen. Wir haben eine Menge Offshore-Windanlagen in der See in Deutschland, aber auch weltweit. Die müssen auch inspiziert werden. Das können Taucher gar nicht mehr von der Menge leisten, aber auch von der Gefährdung für die Taucher ist das ein Problem. Hier müssen Systeme entwickelt werden, die die Inspektionen autonom machen können, ohne dass ein Mensch dabei ist. Aber dann auch reparieren. Das sind die nächsten Schritte, die wir jetzt erst andenken, wo es die ersten Forschungsprojekte gibt. Wir sind noch lange nicht in der Realisierung. Das heißt, hier tun sich Märkte auf und Chancen für solche Unterwassersysteme und für die Meerestechnik insgesamt, die sehr wichtig sind. Und wir müssen natürlich auch überlegen, wie können wir die Überwachung von den menschlichen Aktivitäten im Meer sicherstellen, dass man sagt, wird es dort so gehandelt, dass auch die Natur maximal geschont wird, dass wir nachhaltig agieren. Da würden auch solche Observatorien unter Wasser notwendig sein, die die Meeresforscher betreiben. Aber auch die Informationsgewinnung für die Meeresforscher, vieles ist noch unbekannt im Meer. Sie brauchen ganz andere Systeme als bisher. Also man sieht, es ist vielfältig, die Möglichkeiten. Vielleicht noch ein gutes Beispiel, was eigentlich jeden von uns betrifft, wo wir auch vom Meer abhängen. Man ist oft überrascht, wie viele Kabel im Meer laufen. Also alles, was wir so im Internet hier auch heute machen mit dem Podcast, geht alles über Glasfaserkabel, auch zwischen den Kontinenten. Und zum Beispiel jetzt, wir hatten auch gerade den Vulkanausbruch in der Nähe von Tonga, da sind die ganzen Kabel kaputt gegangen. Die müssen jetzt repariert werden. Also wo ist jetzt da diesen Abgeschnitten von der Kommunikation? Da braucht man Roboter, da braucht man Technologien, da gibt es Firmen, die das entsprechend vorantreiben. Und allein das Thema Unterwasserkabel, Unterwasserkommunikation ist ein ganz eigenes Feld in der Meerestechnik. Und ja, da gibt es viel zu tun und das wird sicherlich nicht weniger. Und da hat Thomas ja auch schon gesagt, gerade wenn es auch um den Schutz der Meere geht und es wird immer mehr Meeresschutzgebiete auch geben, die müssen überwacht werden. Da muss man gucken, ist da die Fischerei, wie sind die Fischbestände, wie ist die Biodiversität. Das sind alles Themen, wo wir dann auch Technologien liefern können und auch Frauenhof aktiv ist. Ja, ihr habt jetzt schon gerade beide gesagt, die Meere sind unglaublich wichtig und werden in der Zukunft einfach immer noch wichtiger werden oder einen größeren Stellenwert haben. Sie müssen erforscht werden, weil wir viel zu wenig über die Meere wissen. Und weil die Fraunhofer-Gesellschaft das erkannt hat, habt ihr ein ganzes Kompetenznetzwerk geschaffen. Wer hat sich da zusammengetan und was ist so einzigartig daran? Ja, also wir hatten ja selber gemerkt in den Instituten, die aktiv in der Meerestechnik unterwegs sind, dass jetzt diese Marktchancen immer größer werden. Und wir haben dann überlegt, Fraunhofer ist so groß mit über 70 Instituten. Da gibt es sicherlich noch mehr Kollegen und Kolleginnen, die sich mit der Meerestechnik und dem Bereich beschäftigen. Und da hatten ausgehend von Uwe von Lukas in Rostock und wir hatten dann mal Leute eingeladen zu dem Thema Unterwasser. Wer beschäftigt sich damit? Und da hat sich sehr schnell eine Community gefunden, die an vielen Aspekten arbeitet, die wir auch manchmal gar nicht vorher gesehen haben. Materialien, an Klebetechniken und so weiter. Und darauf aufbauend wurde dann im letzten Jahr das Kompetenznetzwerk Ocean Technology at Fraunhofer gegründet. 14 Institute sind daran beteiligt. Und ich glaube, das ist eine Technologiebreite, die nur wenige Forschungseinrichtungen bereitstellen können. Und ich denke, Fraunhofer hat ja die Chance, dass sie mit den Technologien, die entwickelt werden und auch mit der Mission, die Fraunhofer hat, in die anwendungsnahe Forschung zu gehen, die Forschungsergebnisse in reale Anwendungen zu überführen, hat das sehr gute Chancen, dass wir hier in diesem Bereich dort viele spannende Projekte entwickeln und neue Systeme auch in den Markt bringen, gemeinsam mit den Industriepartnern. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Wir können entwickeln. Wir brauchen die Industriepartner, die natürlich diese Dinge dann auch vermarkten, in den Einsatz bringen. Und deshalb ist der Kontakt zwischen Fraunhofer und Industriepartnern sehr wichtig für uns. Also er entwickelt nicht nur für die Wissenschaft, sondern für die Industrie, die das dann gezielt einsetzt im Offshore-Bereich, im Gasöl-Bereich, im Kabel-Bereich. Genau, das ist, wenn man überlegt, solche Systeme, nehmen wir wieder die Unterwasser-Robotik, weil ich mich da ganz gut auskenne. Natürlich, wenn so ein System fertig ist, können wir nicht solche Systeme in Serie produzieren. Wir können auch nicht weltweit einen Service bereitstellen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wenn Reparaturen notwendig sind. Weil solche Systeme sind natürlich im Dauereinsatz. Und die Firmen oder die Wissenschaftler der Meeresforschung, die die einsetzen, die vertrauen darauf, dass sie zuverlässig funktionieren. Und da muss man natürlich auch solche Aspekte berücksichtigen. Und das kann dann nur eine Firma leisten in der Stelle. Ihr sprecht von Smart Ocean Technology. Welche Anforderungen gibt es denn an die Meerestechnik, damit sie smart ist? Ja, smart ist sicherlich ein Überbegriff, den man erklären muss. Aber ich glaube, es macht so deutlich, wir müssen uns intelligente Systeme stellen. Weil ich hatte es vorhin schon gesagt, viele Anwendungen, die wir entwickeln werden, die werden irgendwo weit weg von der Küste im Einsatz kommen. Das Ziel ist ja auch, dass nicht immer ein Mensch solche Systeme begleitet, sondern dass die ohne Menschen dann funktionieren. Das heißt, die müssen selber ihre Aufgabe erfüllen, müssen Entscheidungen treffen, wie sie eine Aufgabe erfüllen. Und wir hatten es ja vorhin gesagt, unter den harschen Randbedingungen, das eine war ja der Druck und der Salzgehalt. Aber es kommen ja auch noch solche Effekte dazu. Unter Wasser funktioniert keine Funkkommunikation. Man hat also nur sehr geringe Bandbreiten, wenn überhaupt. Dann GPS gibt es auch nicht. Positionierung ist ein großes Problem. Wie genau kann ich meine Position für mein System unter Wasser bestimmen? Und das ist für viele Anwendungen entscheidend. Das heißt, hier müssen auch smarte Lösungen angedacht werden, die das möglich machen. Und natürlich, es sind ja auch viele Aspekte. Wir brauchen Sensoren. Sensoren, die auch eine gewisse Intelligenz haben, die schon Daten vorauswerten, die Daten verarbeiten. Und dann sind wir auch ganz schnell bei einem Punkt, wenn wir das zusammen denken. Deswegen, wir schaffen Möglichkeiten, dass wir viele Daten generieren, viele Daten erzeugen. Und was machen wir denn mit den Daten? Die müssen, die sollen ja Informationen liefern. Die sollen uns Wissen generieren. Die Anwender wollen wissen, ist ihre Anlage in Ordnung oder geht die Anlage in den nächsten Wochen vielleicht defekt und wir müssen eingreifen. Und diese Aufbereitung der Daten setzt eine Menge an Know-how und auch an wissenschaftlichen Verfahren, Bereich KI, sage ich nur als Stichwort Big Data, voraus. Das heißt, die Entwicklung der ganzen Kette von den Sensorträgern über die Sensoren, dann die Auswertung der Daten und dann den Eingriff in die Systeme, wie gesagt, Reparatur, entscheiden, wie gehe ich weiter mit dem Betrieb eines Systemes. Das braucht, wir nennen das auch Smart Services. Also wir müssen diese vielen Daten verarbeiten und die natürlich auch für die Menschen durchschaubar machen. Wenn wir Terabytes an Daten von Sensoren haben, die kann keiner mehr von Hand und Auge sich anschauen. Da müssen intelligente Systeme vorauswerten, müssen Entscheidungsvorlagen liefern. Also es ist ein breites Spektrum, was die Meerestechnik abdecken wird in Zukunft. Trotzdem ist jeder Einsatz von Meerestechnik auch da ein Eingriff in die ozeanischen Ökosysteme. Ja, das ist natürlich jeder Eingriff des Menschen und jede Nutzung des Menschen des Meeres ist ein Eingriff in die Ökosysteme. Aber wir haben uns auf die Fahnen geschrieben und ich glaube, das wird auch in der ganzen Branche deutlich, auch die GMT als Verband adressiert, dass auch Meerestechnik bietet die Chance, diese Nutzung nachhaltig zu machen und hier Technologien zu bieten, die einen minimalen Eingriff in die Ökosysteme nur durchführen dann am Ende. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir diese Leitlinie immer vor Augen haben, zu sagen, wir wollen Technologien entwickeln, die eine Nutzung möglich machen, aber die die Umwelt ja maximal schonen und minimale Eingriffe hier praktisch nur durchführen. Steffen schweigt heute dazu. Nein, also die nachhaltige Nutzung hat natürlich auch das, das spannende Themenfeld, dass auf der einen Seite natürlich die Ökosysteme für unseren Küsten sehr wichtig sind, auf der anderen Seite die Ozeane auch einen enormen Beitrag leisten können zu den Nachhaltigkeitsthemen, die wir an Land auch lösen müssen, wenn ich das Thema Offshore-Wind beispielsweise nehme. Ohne Offshore-Wind bekommen wir unsere Energiewende nicht umgesetzt. Also müssen wir auch überlegen, wie kann man Windparks bestmöglich aufbauen, ohne Meerestiere zu stören, wenn Fundamente gesetzt werden und so weiter. Das sind ganz wichtige Felder, wo wir dann auch natürlich gemeinsam mit allen überlegen müssen, was kann man machen, wie muss man planen, wie kann man auch den Betrieb sicherstellen, um halt dann auch das bestmögliche im Einklang dann noch zu halten. Das andere Feld, und das ist wirklich dann auch das Wichtige, wo die Meerestechnik auch eine Rolle mitspielen kann, wie kann man Ökosysteme wieder in den Zustand rückversetzen, um halt hier auch eine Nachhaltigkeit zu gewährleisten, weil die Ozeane insgesamt sind schon sehr unter Belastung durch ganz verschiedene Faktoren und das Klimawandel und höhere Temperaturen und die Auswirkungen auf die Meere sehr drängend etwas zu tun. Und da hat natürlich die Meerestechnik und das, was wir auch leisten können als Fraunhofer, einen sehr großen Beitrag, da entsprechende Lösungen zu liefern. Thomas, du hast gerade schon gesagt, Ocean Technology ist das große neue Netzwerk bei der Fraunhofer-Gesellschaft. Ihr bekommt auch einen wichtigen Ort, den Ocean Technology Campus in Rostock. Welche Möglichkeiten bietet er euch und was verbindet ihr damit? Ja, Fraunhofer hat natürlich gesehen, wenn man in diese Meerestechnologien investiert, wenn man dort weiterentwickeln will, man braucht vielfältige Möglichkeiten, auch für Tests. Ich hatte vorhin schon von der Zuverlässigkeit der Anlagen gesprochen und das setzt natürlich voraus, wir müssen unsere Systeme testen, wir müssen die Systeme robust machen. Und das mit dem Ocean Technology Campus bringen wir vieles jetzt unter einen Hut zusammen. Dort wird die Forschung an einem Ort konzentriert. Es sind viele Industriepartner auch mit vor Ort in dem Campus. Das sagt ja auch der Name Campus schon praktisch, dass wir sehr eng beisammen sind, die Forscher und die Industrie. Wir haben, dort wird ja aufgebaut, ein Testfeld, wo wir gerade viele mehrestechnische Systeme unter den verschiedensten Randbedingungen und auch in den verschiedensten Anwendungsbereichen testen können. Also wo dort auch mal ein Stück Pipeline verlegt ist, wo man testen kann, kann man die inspizieren oder Seekabel, wie Steffen vorhin sagte, die man inspizieren kann oder auch mal ein Fundament von einem Offshore-Windpark. Das sogenannte Digital Ocean Lab, was wir dort aufbauen. Wir adressieren aber auch natürlich die Ausbildung in diesen Campus. Es sind ja auch Forschungseinrichtungen mit dabei, neben Fraunhofer, die Universität in Rostock, das IOW und andere. Die, wo wir natürlich sehen, dass wir auch junge Wissenschaftler ausbilden müssen, begeistern wollen für diese Themen in der Meerestechnik. Das heißt, dort trifft sich Forschung, Industrie, Testmöglichkeiten, die Lehre, die universitäre Ausbildung. Also ich glaube, das ist Chancen, die sich dort auftun, die einmalig sind und die uns, glaube ich, hier sehr helfen können. Und es ist ja auch offen für andere Partner aus anderen Regionen. So sind wir dort verbunden, auch mit dem Testgebiet in Helgoland, was in der Nordsee steht. Das heißt, hier werden plötzlich Chancen möglich, die wir vorher in der Form hier in Deutschland und bei Fraunhofer nicht hatten. Wir haben in Rostock wirklich ein sehr gutes Ökosystem, was wir derzeit aufbauen, aus ganz unterschiedlichen Akteuren und für uns ein Glücksfall, dass wir hier vor der Küste auch ein künstliches Riff haben, Nienhagen in der Gegend, was da schon viele Jahre genutzt wurde, um künstliche Riffe anzulegen und zu gucken, wie da entsprechend sich die Ökosysteme auch verhalten. Und wir können hier mit Fraunhofer dann auch dieses Feld nutzen zukünftig, um neue Technologien zu testen und auch dann halt auch, wenn autonom Unterwasserfahrzeuge praxiserprobt werden müssen, sehr nah an unseren Forschern und an den beteiligten Firmen diese Tests zu ermöglichen. Wenn wir am Anfang gehört haben, dass Thomas nach Kanada geflogen ist zu einem See, ist natürlich hier unser Anspruch, dass wir sehr schnell und auch sehr effizient einfach Testmöglichkeiten bieten können, um neue Technologien dann in die Praxis zu bringen. Wo habt ihr denn bislang getestet? Ja, es war immer sehr verschieden. Wir haben so ein bisschen stufenweise die Tests aufgebaut. Natürlich ist das erste so in den Testbecken bei uns, da kann man aber jetzt ganze Fahrzeuge wenig testen, eher Komponenten. Dann natürlich Druckkammern, die bei uns zur Verfügung stehen, wo man dann auch mal diesen Drucktest macht für die Tiefe, für einzelne Komponenten. Dann geht man in eine Talsperre, in Flachwasser, wo man einfach so die ersten Fahrversuche mit Fahrzeugen und Technik macht oder Sensoren. Und dann war natürlich die See immer ein wichtiges Testgebiet, aber das ging dann oft nur mit Forschungsschiffen. Und da die Zeiten auf den Forschungsschiffen sind natürlich auch sehr knapp. Das heißt, man muss sich anmelden, man muss einen Slot bekommen. Das dauert dann auch oft mehrere Jahre. Das heißt, die wirklichen Seetests, das war schwierig und hat viel Zeit und auch Wartezeit gekostet an den Stellen. Und das kann man natürlich mit so einem Testgebiet, was nah an der Küste ist, wo man dann mit einem kleinen Schiff hinfahren kann oder direkt mit den Fahrzeugen dort hinsteuern kann, kann man natürlich ganz anders testen und kann viel schneller dann die Entwicklung auch vorantreiben. Ja, super. Ihr beide, ihr sprecht mit so viel Leidenschaft über Unterwasserrobotik und über Unterwasserfahrzeuge und doch sitzt ihr beide so weit vom Meer entfernt. Thomas, du in Thüringen, Steffen in Aachen. Woher kommt diese Leidenschaft fürs Meer? Ja, also die ist bei mir dann auch erst mit dem Studium gewachsen, weil wir uns an der Universität dann auch mit robotischen Systemen, noch gar nicht mit Unterwassersystemen oder im Maritimen Bereich beschäftigt haben. Aber wie der Zufall so will, sind wir dann vor, ich glaube, über 25 Jahren mittlerweile in Kontakt gekommen mit einem größeren maritimen Unternehmen, die Interesse an Robotik hatten. Wir haben dann erste Softwarekomponenten entwickelt. Dann hat sich das sehr gut weiterentwickelt. Wir haben dann Hardwarekomponenten entwickelt und wir haben gesagt, Mensch, das macht doch Spaß und auch das Meer an sich reizt uns ja auch, gefällt uns auch. Wir machen auch Urlaub gern dort natürlich. Also es kommt ja vieles zusammen. Und so ist Schritt für Schritt dann bei uns in Thüringen eigentlich diese Kompetenz aufgebaut worden, jetzt mittlerweile mit einer größeren Forschungsgruppe, die bei uns hier am Fraunhofer-Institut arbeitet. Ja, und allen gefällt das, allen liegt, sagen wir mal, das Meer ganz am Herzen und sie arbeiten da sehr engagiert und mit Herzblut an den Themen. Und wie gesagt, durch diese spannenden Perspektiven, die wir eben geschildert haben, ist da natürlich auch für die Zukunft so viel möglich und offen, dass wir also das sicherlich hier in Thüringen auch weiter vorantreiben und vielleicht auch noch ausbauen. Ja, und vielleicht bei mir. Also ich bin vom Hintergrund her eigentlich gar nicht mit der Meerestechnik verbunden. Produktionstechniker, ganz früher schon mal Fraunhofer gewesen, dann aber lange Jahre in Industrie und da halt eben auch über Umwege in Offshore-Öl und Gas gestartet, wo auch dann in einer besonderen Konstellation halt eben auch Tiefsee-Bergbau ein Thema war. Also auch Unterwasser-Robotik und Abbau von Rohstoffen in sehr, sehr großen Wassertiefen, was mich dann auch zur GMT geführt hat, was ja dann wieder eine eigene Geschichte ist. Und dadurch bin ich dann über lange Jahre jetzt auch der maritimen Branche verbunden, in der Schifffahrt, Schifffahrt-Zuliefer-Industrie, Unterwassertechnik. Und von daher ein sehr, sehr spannendes und breites Feld und natürlich gerade bei uns jetzt in Rostock auch ein ganz tolles Umfeld, wo sich viel entwickelt und auch einiges zusammenkommt. Also wir haben das Campus-Projekt, wir haben das Zukunftscluster, was sich auch nachhaltiger Nutzung der Meere widmet. Wir haben jetzt ein Leistungszentrum für Sustainable Ocean Business, was derzeit noch aufgebaut wird. Also da kommt vieles zusammen, wo auch gerade die Akteure in den Küstenregionen natürlich auch mit Unternehmen und anderen Instituten im Landesinneren, fern der Küste dann auch zusammenarbeiten können, um das Thema Meere dann auch nach vorne zu bringen. Nach vorne geblickt, was ist der nächste Meilenstein für euch? Meilenstein, ja. Also technologisch gesehen ist wirklich jetzt in Richtung der Unterwasserarbeiten, wir sagen Manipulation zu gehen. Also kann man wirklich unter Wasser jetzt auch Reparaturen ausführen? Kann man etwas zusammenbauen unter Wasser oder wieder auseinandernehmen? Das sind so die großen Herausforderungen, die ich zurzeit so aus dem Bereich Robotik, Sensorik sehe, wo wir noch viel forschen müssen und was natürlich auch viele spannende Aspekte und Themen für uns bietet. Natürlich auch für uns wichtig, auch diese Errungenschaften, die wir in Rostock haben, das OTC, diesen Ocean Technology Campus, weiter aufzubauen, weiter mit Leben zu füllen und dort die Chancen dann zu nutzen. Das sind natürlich auch für uns die ganz wichtigen Punkte, die wir jetzt gemeinsam gestalten wollen. Der nächste Meilenstein für mich sicherlich ist, dass wir hier ein recht großes Projekt starten zu einem digitalen Datenraum für die Meere im Rahmen vom GAIA-X-Programm. Das ist jetzt ein sehr großes Programm, wo eigentlich andere Bereiche der Wirtschaft sich über Datenaustausch unterhalten und da auch weiteres entwickeln. Und wir haben da ein großes Projekt gestartet, was sich halt eben auch der maritimen Umgebung dort widmet. Und da haben wir zum einen unser Rostocker Testfeld drin, aber auch Unterwassermunition, wir haben Offshore-Wind drin oder auch wie kann ich CO2 im Meer speichern. Und das greift halt eben gerade sehr, sehr wichtige Themen auf, die sich rund um Daten, Datenaustausch und eben das, was Thomas auch beschrieben hat, wie generiere ich Wissen aus diesen Datensätzen, die ich dort ermittle. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld und für uns wirklich sehr von großer Bedeutung, dass das Thema Ozeane auch in die Felder kommt, wo sonst halt nur über Landwirtschaft, Mobilität oder Energie im Allgemeinen gesprochen wird und dass da das Meer mit den Daten auch vertreten ist. Dankeschön, Thomas. Dankeschön, Steffen. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mich mit Prof. Dr. Thomas Rauschenbach unterhalten. Das ist der Sprecher des Kompetenznetzwerks Ocean Technology und darüber hinaus ist er auch noch Direktor der angewandten Systemtechnik der Fraunhofer-Gesellschaft und mit Dr. Steffen Knot. Er ist Leiter des Sustainable Ocean Business Center der Fraunhofer-Gesellschaft in Rostock und Lübeck. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Es lohnt sich, diesen Podcast zu abonnieren und ich würde mich über eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen. Bis bald. Das war Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Das war Technik. Das war Technik und Leiter